Und da sind wir wieder! Hey! Achso, ich dachte, du wolltest einen LaRola machen. Achso, naja. So, wenn ihr euch dann fragt, warum eine LaRola? Das ist unsere 10. Volke! Hurri! Ja, also zum Feiern ist das wohl noch nicht wirklich. Also, auf jeden Fall. Doch, es ist zu feiern. Für alle, die durchgehalten haben, uns zu sehen. Und die anderen, die dazugestoßen sind und die Folgen nachgeholt haben, natürlich. Natürlich, also jeder schaut unsere Folgen nach. Besonders da, die Anfänger, die so richtig scheiße sind. Ja, das ist das Beste davon. Stimmt. Von den letzten Kämpfen, wo wir fast eingeschlafen sind. Ja, das war ein bisschen drüber nachdenken. Aber, wir haben uns auf jeden Fall gedacht, damit wir nicht wieder einschlafen, nehmen wir diesmal ausnahmsweise Charakter, die wir gegebenenfalls schon mal hatten, aber mit denen wir übrigens auch spielen können. Ich kann mit jedem spielen, das habe ich in Urkona Folge mal gesagt. Ich muss den Urkona, den ich nehmen sollte. Ja, und ich nehme, ich weiß gar nicht, mit wem, ich bin mit dem gut. Ne, ich nehme Falcon mal als schnellen Charakter. Ja, wir müssen uns die letzten Spiele uns die Namen nicht geben. Die letzten beiden, glaube ich. Ich glaube auch. Das holen wir jetzt nach. Ich werde das alles nachhaltig noch einrändern. Ich kann jetzt auch deinen Namen praktisch über meinen Charakter machen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, gewonnen. Äh, ja, wir wollen uns nicht alle langweilen. Langweilen. Was tust du? Random? Eine Ahnung. Random. Ich gucke auf die Scheiß-Map und dachte mir so, wenn wir diese Map kriegen, wird das auf jeden Fall kein schnelles Spiel. Ich fliege! Die bewegt sich gar nicht. Ja, jetzt kommt noch. Nein, kommt sich. Ja, so ein schönes, schnelles Spiel. Hä? Wie ist das? Was ist das denn wegen? Wo wie? Ah, jetzt ja. Vielleicht muss immer erst mal einer zum Rand mindestens. Ne, einer muss Schaden kriegen. Niemals. Ganz schnell, du Schaden. Riech's auch. Komm her. Leider scheiß Eisblöcke. Boah. Kleinen Balken. Oh nein. Du bleibst voll rege. Ich hab feurige gekontert. Nein. Nein. Da war die Schlagkampu gerade aktiviert. Oh, ich hab feurige gekontert. Das muss ich auch mal sagen. Ich hab feurige weg. Swinner oder was? Ja, ab Geste. Lebe ich noch? Ja. Ah. Kommst du dir? Danke, Block. Ja. Die beide gleichzeitig losrennen wollten, aber voll auf der Eisblatt ausgerutscht sind. Oh. Sterbe. Nimm die Feuer. Nimm doch den Vorgehen mit. Wir haben es noch nicht mal gesehen. Ach, du bist doch froh. Alter, können wir uns mal treffen? Oh, 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 Kaffee. Nimm den Fächer. Ah, das hat ich aber gar nicht gemacht. Das hab ich ja auch noch. Und das auch noch. Und das auch noch. Gut Prozente gemacht, ne? Alter. Das sah gerade so aus, als wenn du von der Plattform abgesprungen bist. Bumpe. Großer Pils. Wieso hab ich schon zwei Leben verloren? Ja, weiß ich. Und wieso verliere ich das gerade drittes? Nein! Ja, ja, danke. Perfekt. Wir gehen weiter hoch. Nein. Mann! Ja, das gibt's doch nicht. Ja. Wir haben übrigens Emotionen. Ich hab gerade Hass. Absoluten Hass. Das ist der Hammer. Oh, in der Griff. Dann war's das. Dann war's das. Boom! Boom! Was willst du jetzt so kaputt machen? Und dann so stören. Ich muss es gerade doch so ein bisschen zurückhalten. Wir hätten jetzt eigentlich Benzies im Blick sehen müssen, der irgendwie was gesucht hat, was er kaputt machen kann. Ich werde einfach nachher wieder Frauenkind schlagen. Dann ist ja gut. Hauptsache nicht mich. Oh, keine Scheiße, Leute. Das war keine geile Scheiße. Auf jeden Fall. Das war erstens angekündigt und zweitens war's übelst eine geile Scheiße. Siehst du was? Ich spiel das Spiel nicht mehr. Vielleicht gibt es ja noch andere Super Smash-Teile. Nein! Ich spiel das nicht mehr mit dir. Aber vielleicht. Auf einer anderen Konsole. Vielleicht ein... NES. Super Smash-Ness. Da kannst du nur mit NES spielen. Geht nicht selbst. Gut. Mit den schlechten Witzeln mal wieder. Hören wir wieder auf und wünschen euch noch einen traumhaften Sonntag. Startet gut in die Woche und... Ja. Ich spiel das trotzdem nicht nochmal mit dir! Wir lieben euch alle. Wir lieben euch noch mal wieder. Wir lieben euch noch mal wieder.